WALL-I! WALL-I! Na komm! Na komm! Ja! Komm! Hier lang! Kennst doch die! Ja! Ja! Eins! Schön und gesund bist du! Herr Berlin! Ja! Ha! Ha! Und plötzlich, eines Tages, kommt das schwarze Milch raus aus dieser schwarz-weiß geschenkten Kuh, die noch immer so schöne weiße Milch gegeben hat. Schwarz! Und diese Kuh, das war die einzige Kuh von meinem Onkel. Da kam der Onkel an, in Madrid. Aber er konnte den Zauberer nicht finden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mein geliebter Neffe, unser großer Führer wurde vergiftet. Man vermutet eine ausländische Verschwörung. Ein starker Nord-Nord-Ost-Wind trieb losgerissene Wolken heran, und ein feiner Stehen fiel unaufhörig. Was für ein anstrengender Tag! Ich liebe diese Abenteuer! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. 10, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15! 57 Zylinder, 5.500 PS, 5.500, das kannst du dir doch nicht vorstellen. Was ist denn das? Sieht ja aus, sieht ja aus wie ein Geschießtruck. Und das haut er in die Mitte, ins Herz von dem Motor. Ich bin mir sicher, dass du das Glas noch hast. Gib es mir. Bevor ich es aushändige, möchte ich wissen, wo ich die Antwort auf meine Fragen finde. Das Glas. Das Glas. Irina! Irina! Das Glas. 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 Das Glas.